Oh 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 macht Hali das? Ich warte jetzt erst bis ich aufhört hab zu brennen Lösch dich! Ich will lösch'n ihn! Hab ich die ganzen Wormen um den Luft gefasst? Ich seh' überhaupt nix mehr! Alter ich seh' gar nix mehr! Nehmen sie alle auf! Das ist die Kraft von... Das ist die Kraft von Skillless! Wo bin ich dahinter? Alter was ist das? Ich seh' überhaupt nix mehr! Ich seh' überhaupt nix mehr! Ja dann warte einfach kurz! Alter das ist doch n' scheiß Wichs hier! Alter warum willst du mich verarschen? Warum will ich dich verarschen? Jetzt seh' ich tatsächlich überhaupt nix mehr! Alter! Warum willst du mich verarschen? Ist doch n' Witz was du hier machst! Ich bin Hali für den Weg da rein! Nein! Nicht ins Feuer! Boah ich weiß nicht wo ich hinlaufe! Wo bin ich? Alter ich weiß nicht wo ich bin! Steh' ich da oben drauf? Nein! Ja du hast dem echt n' Verarschen! Boah wenn Adi sich bewegt war man die so geil! Das ging mal Adi! Ich war Adi mir wirklich wüsste! Ah jetzt seh' ich wieder was! Boah wie lange das dauert? Das ist voll die Verzögerungstaktik! Echt? Ist halt immer noch dabei! Jo! Oh leih! Komm einen geht noch! Na schön! Wenn da nur so ein Feld ist! Nooo! Wann fällig alle Ideen! Dann halt noch mal Unterfeld! Ja! 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 Ja!